Bier gehört für viele Menschen einfach dazu. Ob zu einem guten Essen oder für sich alleine Genossen oder bei exklusiven Bierkulinarien, den bierigen Geheimtipps für Gourmets und solche, die es noch werden wollen. Im Hirter Braukeller können Besucherinnen und Besucher im Rahmen eines exklusiven Abends die Geheimnisse der kulinarischen Kombinationen von Bier und Speisen entdecken. Bekanntlich passt ja zu jeder Speise eine bestimmte Weinsorte. Dass aber auch eine ganz bestimmte Biersorte den Geschmack der Speisen besonders hervorheben kann, beweist der Hirter Braukeller mit seinem Bierkulinarium. Bei diesem Bierkulinarium geht es um traditionelle Speisen und dazu passende Biere. Heimische und internationale Köche und Sommeliers erklären die Besonderheiten und Charakteristika der Biere in Kombination mit den dargebotenen Speisen. Beim Bierkulinarium umfasst die Speisenfolge meist zwischen 5 und 7 Gängen, wobei zu jedem Gang ein passendes Bier kredenzt wird. Das Bierkulinarium im Braukellerhirt. Eine weitere Möglichkeit für Genießerinnen und Genießer, ihren Gaumen zu verwöhnen. Das Bierkulinarium im Braukellerhirt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020